Der einzigste Vorteil ist halt zum Beispiel vom Ausland, was halt da ein Riesenvorteil ist. Da geht mir halt in Anführungszeichen keiner auf den Sack. Da habe ich halt nicht diese Medienrummel, diese Bewertung anhand meiner Person, was ich neben meinem Platz mache. Das sind so Punkte, die die mental einen sehr, sehr, sehr krass mitnehmen. Das sind Punkte, wo ich sage, da knallt es ab und zu rein. Ich sage sogar, ich bin mittlerweile so bald bereit, dass ich zum Beispiel auch in die MLS wechseln würde. Willi vs. Messi. Stimmt, Messi ist bei Miami.